Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über interessante Aussagen von Professor Hans-Werner Sinn, die er in einem veröffentlichten Interview getroffen hat. Wir haben dabei wie immer das Wichtigste für euch kurz und knapp zusammengefasst. Unter anderem erklärt der Ökonom, wie sich die Krise jetzt weiterentwickelt und welche großen Probleme vor uns liegen. Ebenfalls geht er darauf ein, warum seiner Meinung nach die Inflation weiter kräftig steigen wird. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen der Top-Ökonom im Detail traf und auf was wir uns jetzt einstellen sollten, dann bleibt unbedingt dran. Anfang der 2000er Schlussfolgerte der ehemalige IFO-Präsident Hans-Werner Sinn, dass Deutschland der kranke Mann Europas sei. Grund für die Aussage war die Krise vieler Unternehmen, die in Pleiten und stagnierender Wirtschaft sowie hoher Arbeitslosigkeit endete. So sagte Sinn in einem Interview beim Deutschlandfunk in 2004, dass Deutschland in den acht Jahren zuvor das niedrigste Wachstum von allen EU-Ländern hatte. Länder, die früher weniger Wachstum aufwiesen, seien von 95 bis 2004 sprichwörtlich an Deutschland vorbeigezogen. Schon damals stellten sich einige, die Frage, ob das Wirtschaftswunder überhaupt noch zu retten sei. Und nun fast 20 Jahre später, erklärte der ehemalige IFO-Präsident in einem Interview, dass man erneut vom kranken Mann Europas sprechen könnte. Die Energiekrise, die schrumpfende Wirtschaft, die galoppierende Inflation und ein Euro, der immer mehr an Wert verliert, stellen das Land vor sehr schwere Herausforderungen. Zwar betrifft die aktuelle Energiekrise nicht nur Deutschland, dennoch hat Deutschland laut Professor Sinn weitaus mehr Schwierigkeiten als andere Länder. Der kranke Mann Europas scheint also endgültig zurück zu sein. Doch dass die deutsche Industrie herzkrank ist, wie der Top-Ökonom sagt, liegt nicht nur an der Corona-Krise, den zerstörten Lieferketten oder der aktuellen Energiekrise. Vielmehr liegen die Hintergründe wesentlich tiefer. Professor Sinn erklärte dazu unter anderem folgendes. Zitat. Es liegt für meine Begriffe an der Schwierigkeit der deutschen Automobilindustrie, die wiederum zu tun hat mit den Mogeleien, mit der Dieselverdammung und dann schließlich mit den politischen Vorgaben aus Brüssel die dann folgten, die praktisch auf ein Verbrennerverbot hinausliefen. Zitat Ende. Und weiter sagte er. Zitat. Aber das ist der Tod des Verbrennungsmotors, und es ist eine Krankheit der deutschen Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie ist das Zentrum unserer Industrie, da rankt sich vieles herum die ganzen Zulieferer, da sind wahnsinnig viele Jobs, und indirekt hängt auch lokale Wirtschaftstätigkeit in den Dörfern in den Städten, wo die Zulieferer sind da dran. Die rechnet man nun nicht irgendwie in den Bereich der Industrie, aber die hängen direkt da dran, weil die Einkommen, die verdient werden in den Zulieferern, beim Bäcker ausgegeben werden und beim Friseur, und so weiter. Und auch beim Lebensmitteleinkauf, also viel hängt da dran. Und das ist jetzt alles gefährdet durch diese Vorgaben. Zitat Ende. Im Bezug auf die steigenden Preise geht Hans-Werner Sinn davon aus, dass die Inflation noch weiter ansteigen wird. Im September haben wir hierzulande bereits die 10-Prozent-Marke geknackt, der Ökonom rechnet damit, dass die Inflation tatsächlich schon in den nächsten Monaten weiter ansteigen wird. Hier stützt er seine Aussage auf die Übertragung der Erzeugerpreise auf die Konsumentenpreise. Denn in der Vergangenheit sei es in der Regel so gewesen, dass Inflation sich zu einem Drittel aus den Konsumentenpreisen übertragen habe, und das mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von wenigen Monaten. Als Lösung hierfür sieht Professor Sinn die Anhebung der Zinsen. Nach Angaben des Ökonoms sollte die Europäische Zentralbank sich dem Zinsniveau der FED anschließen und damit die Zinsen deutlich erhöhen, denn nur so könne die Inflation eingedämmt werden. Das große Problem ist nämlich, dass aktuell mit einem schwachen Euro die Teuerung beim Kauf von Rohstoffen auf dem Weltmarkt im aufgewerteten US-Dollar importiert wird. Doch auch hier äußert der ehemalige IFO-Präsident seine Bedenken, er glaubt, dass die EZB diesen Schritt aufgrund der wirtschaftlich schwachen Südländer nicht gehen wird. Ein weiteres Problem sieht der Ökonom in den staatlichen Eingriffen. Denn obwohl Professor Sinn die Sorgen einer Pleitewelle durch die hohen Energiepreise teilt, ist er dennoch kein Freund der jetzt massiven staatlichen Eingriffe. Der Ökonom sagt, dass durch politische Einflussnahme die freie Preisbildung nicht manipuliert werden dürfe, weil dann die Grundregeln der Marktwirtschaft verletzt werden. Im Detail erklärte er dazu folgendes. Zitat. Der Sachverständigenrat sagt ja in einer neuen Stellungnahme ganz deutlich, dass man wenn man kompensieren will, das nicht über Preise machen darf, sondern als Pauschalbeträge. Der Preismechanismus als solcher muss erstmal wirken, es muss ein voller Anreiz da sein Energie zu sparen, wenn weniger da ist. Man kann doch nicht die Leute alle nur entlasten für das, was sie da zahlen müssen, dann spart ja keiner. Und dann kommt es zu Rationierungen, die behördlicherseits festgelegt werden. Und das ist ja noch ein völlig ineffizientes System, wie der Staat die Behörde die Preisregulierung macht und Rationierungen macht. Zitat Ende. Hier verweist Professor Sinn auf die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch damals füllten sich die Regale erst wieder, als die Preise nicht mehr reguliert wurden. Der Ökonom plädiert also dafür, dass Energie nur gespart werden kann, wenn die Bevölkerung die hohen Preise auch spüren würde. Andernfalls gibt es laut dem ehemaligen IFO-Präsidenten auch keinen großen Anreiz fürs Energiesparen. Man sollte also seiner Meinung nach Bürger gezielt entlasten, indem man beispielsweise einen Teil des Energieverbrauchs finanziert. Allerdings auch nur, wenn es noch einen bedeutenden Teil nicht subventionierter Energie gibt, denn nur dann gäbe es auch noch den Anreiz zum Sparen. Zu der Frage, ob Deutschland in der Energiekrise das Ruder noch rumreißen kann, erklärte Professor Sinn folgendes. Zitat. Wir können ja manche fehlerhafte Weichenstellungen noch korrigieren, statt die Atomkraftwerke jetzt abzustellen. Selbst Herr Habeck hat mich da ein bisschen enttäuscht. Anfangs fing er ja gut an bei dem Thema, in dem er gesagt hat, noch bis zum Frühjahr sollen die dann als Notfallreserve verfügbar sein. Dann sollen sie aber abgestellt werden. Das halte ich für vollkommen falsch. Wir müssen die Atomkraftwerke anlassen, weil sie eben doch einen regelbaren und verlässlichen Strom liefern. Die sechs Atomkraftwerke, um die es geht, die letztes Jahr abgeschaltet wurden und die, die jetzt abgeschaltet werden, produzieren 60 Terawattstunden oder haben produziert. Und alle Photovoltaikanlagen in Deutschland produzieren 50 Terawattstunden. Da sehen Sie mal, welche Bedeutung das hat. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Liegt Professor Sinn mit seinen Aussagen richtig, oder ist das alles Quatsch? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experienced. Wir sehen uns beim nächsten Mal.